In diesem abschließenden Video möchten wir jetzt die Ihnen vorgestellten Fallbeispiele noch mal ein wenig diskutieren. Naturkatastrophen und ihre Auswirkungen sind ja, wie wir herausgehört haben, kein Phänomen, das nur den globalen Norden oder den globalen Süden betrifft. Ist es denn so, dass die Schäden letztendlich sehr viel gravierender im globalen Süden sind als im globalen Norden? Ja, tatsächlich kam die Weltorganisation für Meteorologie in einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie zu dem Ergebnis, dass der Klimawandel weltweit zu zunehmend häufigeren und auch tatsächlich stärkeren Naturkatastrophen führt. Der Bericht untersucht 11.000 Naturkatastrophen in den vergangenen 50 Jahren und zeigt, dass mehr als 70 Prozent der Schadensgroßereignisse tatsächlich im globalen Süden auftreten. Ja, und wie am Beispiel des sogenannten Indian Ocean Tsunami gerade schon erklärt, ist es eben so, dass die Opferzahlen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen im globalen Süden deutlich sehr hoch sind. Ja, die Weltorganisation für Meteorologie kommt hier zu dem Ergebnis, dass rund 91 Prozent der durch Naturkatastrophen bedingten Todesfälle sich tatsächlich in Ländern des globalen Südens ereigneten. Andererseits entfallen aber auch 60 Prozent der wirtschaftlichen und infrastrukturbedingten Schäden in diesem Zusammenhang auf die Länder des globalen Nordens. Und ja, auch bei uns in Europa, in Deutschland, in Österreich, kommt es ja erschreckenderweise immer mehr auch zu Vermissten, Verletzten und sogar auch Todesfällen. Ja, und gleichzeitig sticht eben dann im internationalen Vergleich wirklich ins Auge, dass sich die Art der Ereignisse regional doch eben sehr stark unterscheiden und dass eben die Todeszusachen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen regional sehr unterschiedlich sind. So kamen in den vergangenen 50 Jahren 95 Prozent der Menschen in afrikanischen Ländern aufgrund von Dürrekatastrophen ums Leben, wohingegen in Europa beispielsweise 80 Prozent der Todesfälle eben allein durch die Hitzewellen im Jahre 2003 und 2010 zu beklagen waren. Ja, und mit der Zunahme von Starkregenereignissen nehmen natürlich auch die Flutereignisse, die Überschwemmungen immer weiter zu. Und hier gilt es aber auch eben im globalen Norden dringend, nicht nur Klimaschutz zu betreiben, sondern sich eben auch an diese Folgen sinnvoll effektiv anzupassen. Und damit müssen wir eben sehen, dass wir auf diese extremen Ereignisse viel stärker reagieren, um eben auch die Risiken zu minimieren und am Ende eben auch Wege zu gehen, um Gebäude, um Infrastrukturen zu schützen und vor allem eben auch die Menschen. Ja, und da kann man sicher auch vom globalen Süden lernen. Ja, gerade in Bezug auf Frühwarnsysteme zum Beispiel gibt es da einige Beispiele, die wir sehen, gute Beispiele, aber gleichzeitig kommt es nach wie vor eben zu sehr, sehr hohen Todeszahlen im Zusammenhang mit diesen Großschadensereignissen. Und wichtige Beiträge eben aus der Forschung, auch im Zusammenhang mit der Entwicklung und der Implementierung von Frühwarnsystemen, haben wir ja schon am Beispiel des Indian Ocean Tsunami gesehen. Und auch jüngst, muss man sagen, haben beispielsweise deutsche und dänische ForscherInnen im Rahmen des sogenannten Interreg-Projekts Neptun ein Prüfwarnsystem entwickelt, gemeinsam mit privatwirtschaftlichen Unternehmen, die eben nicht nur Starkregenereignisse frühzeitig anzeigen oder auch die Belastung oder Überlastung von Kanalisationssystemen, sondern auch lokal sofort Maßnahmen auslösen können. Ja, diese gerade genannten modelltechnischen Weiterentwicklungen, die sind natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber wir müssen natürlich immer sehen, dass wir auch sicherstellen, dass die Kommunikation eben entlang dieser gesamten Warnkette auch wirklich gut funktioniert. Und die Informationen, die weitergegeben werden, eben auch sehr adressatengerecht sind, das heißt für jedermann verständlich sind, also so da aufbereitet werden, dass jeder sie auch verstehen kann. Und auch Informationen oder Hinweise in Bezug auf ganz spezifische Handlungen, die dann durchgeführt werden müssen, sollten, sollten natürlich auch kommuniziert werden. Und nur so kann man letztendlich auch sicherstellen, dass wirklich alle Menschen zu jeder Tages- und Nachtzeit auch wirklich erreicht werden. Und dafür müssen eben die Kommunikationswege auch immer und wieder regelmäßig überprüft werden. Das heißt letztendlich, es gibt in vielen Bereichen und sowohl im globalen Süden als auch im globalen Norden hier viele gute Ansätze, aber auch gleichzeitig noch sehr viel Forschungsbedarf. Und diese Forschung sollte unbedingt, und jetzt sind wir uns sicher einig, denke ich, sehr direkt an den aktuellen Herausforderungen orientiert sein. Und vor allem bedarf es eben effektiver Planung und einer effizienten Umsetzung durch Politik, Verwaltungen, aber auch eine intensive Einbeziehung von Menschen, die hier betroffen sind, der Bevölkerung. Gerade aus sozialwissenschaftlicher Sicht, so sehe ich das hier, sehe ich sehr viele Bedarfe, diese Prozesse zu begleiten, die Kommunikation natürlich zu befördern und den Umgang mit Naturkatastrophen und den Auswirkungen auch forschungsseitig zu begleiten und hier zu unterstützen. Vielen Dank.